Und das ist der Start, Vautera mit einem guten Start an dritter, vierter Position. Vorne ist es aber die Nummer 3, das ist Twinnett Ginger und außen kommt mit der Nummer 6 Sir Dunder. Twinnett Ginger, Sir Dunder, Vautera auf der Verfolgung, ebenfalls Kasara. Etwas weiter zurück ist Klaira und vorne der Zweikampf mit Sir Dunder und Sir Dunder außen. Twinnett Ginger hat aber die Spitze und Twinnett Ginger sieht hier wie der Sieger aus. Twinnett Ginger kann Sir Dunder nochmal kontern, Vautera an dritter, vierter Stelle zusammen mit Kasara. Vorne aber ist Twinnett Ginger. Twinnett Ginger gewinnt auch das nächste Rennen, das sechste in Serie. Twinnett Ginger gewinnt mit Luana Felder, Kampf um den zweiten Platz Sir Dunder und außen kommt mit der Nummer 7 Lacey immer besser ins Bild. Lacey oder Sir Dunder von meiner Warte aus nicht ganz einzusehen. Und dann folgt, oh und dann wird reiterlos die Nummer 5, Sahira.